Da zeigt der Pfeil ja ganz, ganz deutlich nach unten. Die waren nach dem sechsten Spieltag noch dritter und nach vier sieglosen Spielen ohne einen einzigen Treffer mittlerweile abgerutscht ins Tabellenmittelfeld. Und die große Hoffnung der Oberhausener war heute der gegnerische Torhüter Jan Glinker. Der hatte ja in den vergangenen Spielen die gegnerischen Mannschaften immer zum Tore-Schießen eingeladen. Und da stellte sich natürlich die Frage, macht er das heute auch? Aber Sven Schröter, spielte der überhaupt von Anfang an, der Glinker nach seinen Aussetzern? Torwartwechsel bei Union Berlin. Uwe Neuhaus brachte Marcel Hötteke. Er meinte, wenn nicht jetzt, wann dann? Also der ehemalige Dortmunder erstmals im Tor, Glinker nur auf der Bank. Union Berlin in Rot. Von Anfang an die dominierende Mannschaft. Erste Chance, elfte Minute. Stuff an die Latte. Da hätte Sören Pearson nur hinterher schauen können. Die Berliner zuletzt ja mit dem Auswärtssieg in Bielefeld sehr motiviert. Und da sehen wir eingekreist die Aktion gegen Moschera. Das hätte man auch als Elfmeter werten können, aber war kein Thema in diesem Spiel. Nächste Chance. Pearson mit der Glanzparade gegen Stuff. Nachschuss, Gölert. Im Blickpunkt nicht Hötteke am Anfang, sondern nur der Oberhausener Keeper. Große Chancen für Berlin. Die hatten das Spiel gut im Griff. Nächste Aktion. 30. Minute. Atuschka auf Tomek. Der hat die ganz große Gelegenheit. Wieder Pearson. Toll gemacht. Und dann gucken sie auf den Konter der Oberhausener. Zwei, drei Stationen. Sieht alles ganz harmlos aus. Schmidt-Gal auf Felix Lutz. Mittlerweile wieder genesener Torjäger. Lutz schießt, schießt. Und Hötteke kommt nicht hin. 30,5 Meter. Felix Lutz. So lange war er verletzt. Sein erstes Pflichtspieltor für Oberhausen. Da sehen wir es nochmal. Zunächst die Großchance für die Berliner. Tomek. Pearson klärt. Und dann geht das ganz flott. Und die Berliner einfach zu passiv da im Mittelfeld. Sie lassen die Gäste spielen. Und um Lutz kümmert sich keiner. Der macht sein erstes Zweitliga-Tor seit Anfang 2008. Unhaltbar für Hötteke. Jan Klinker machte sich seine eigenen Gedanken. Das also nach einer halben Stunde. Kurz vor der Pause wieder die Berliner. Die über die gesamte erste Halbzeit hinweg. Die klar bessere Mannschaft war. Benjamina. Zumindest der Ausgleich noch vor der Pause. Hat zuletzt zweimal in Folge getroffen. Klasse in Szene gesetzt. Kein Abseits. Wie wir hier sehen können. Der Pass kam von Matuschka. Und dann mit ganz viel Gefühl. Immerhin unentschieden. Eigentlich aber zu wenig für Union. Sie waren so klar überlegen. In Halbzeit 1. 2. Halbzeit. Die Oberhausener. Da sind wir schon in der 64. Minute. Schmidgall mal. Mit einem Konter. Und Hötteke kann sich zum ersten Mal richtig gut auszeichnen. Oberhausen setzte voll auf Konter. Und war eigentlich mit dem Punkt zufrieden. Dann schon die Endphase. 87. Minute. Kräfte ließen ein bisschen nach bei beiden. Und mittlerweile König eingewechselt. Trifft nur den Pfosten. Ronny König mit der ganz großen Gelegenheit für Rot-Weiß Oberhausen. Das wäre überaus schmeichelhaft gewesen. Aber da kommt er. Da steigt er hoch. Und Hötteke hätte keine Chance gehabt. Alle Zeichen also auf Remy. 2. Minute der Nachspielzeit. Und Kohlmann. Und da kommt Benjamina. Benjamina. Sein zweiter Treffer. Nicht mehr für möglich gehalten. Vier der letzten fünf Berliner Tore. Alle von Benjamina. Der jetzt auch eine Einladung der algerischen Nationalmannschaft hat. Kein Abseits. Passives Abseits von ED. Aber Benjamina. Alles im grünen Bereich. Und somit Jubel auch beim neuen Keeper. 2-1 der Sieg für Union Berlin. Insgesamt verdient Hans-Günther Bruns war dennoch natürlich sehr enttäuscht.